Was ist die Firma M. Kölb? Die Firma M. Kölb ist 1990 gegründet worden von Manfred Kölb, der heute noch geschäftsführender Inhaber ist, in Lauterach mit einer Produktionsfläche von ungefähr 200 Quadratmetern. 2009 sind wir auf Kennelbach übersiedelt, wo wir unsere Produktionsfläche wesentlich vergrößern konnten. 2014 haben wir noch eine Pulverbeschichtungsanlage mit einer Grundfläche von ungefähr nochmals 1000 Quadratmetern hinzubekommen und konnten dadurch unser Produktportfolio wesentlich erweitern. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen mit 16 Mitarbeitern, wovon wir zwei Lehrlinge ausbilden. Mit einem Materialverbrauch von 180 Tonnen generieren wir 2,5 Millionen Euro Umsatz. Zu unserem Leistungsspektrum zählen wir den Gehäuse-, Anlagen- und Fassadenbau, wobei wir auch als Launfertiger im Bereich Blechfertigung und Pulverbeschichtung für den Maschinenbau tätig sind. Durch unsere über 30 Jahre Erfahrung im Blechbereich können wir unsere Kundschaften von der Konstruktion bis zum fertigen Blech alles anbieten. Was ist die Kölb? Wenn wir die Salvagnini P2 entschieden haben, hatten wir vier Abkompressen im Einsatz. Durch die Salvagnini können wir unsere steigende Nachfrage decken und auch unsere Effizienz steigern. Wir profitieren dabei von einer höheren Produktionsgeschwindigkeit und benötigen keine Werkzeugwechsel. Dadurch sind wir in unserer Produktion schneller und flexibler. Durch den Wegfall der Werkzeugwechsel konnten wir unsere Mitarbeiter entlasten, um mit der 3D-Unterstützung in die Maschine einfach zu programmieren. Die Hauptvorteile für uns sind die enorme Leistungsfähigkeit, die hohe Wiederholgenauigkeit und die einfache Bedienung. Mit der P2 sind wir nun in der Lage, mit bis zu 17 Kantungen pro Minute unsere Produktionsspitzen schneller abzuarbeiten und flexibler auf die Marktsituation zu reagieren. Durch die Einsparung der vielen Werkzeugwechsel- und Einrichtungszeiten konnten wir unsere Produktion wesentlich verschneller. Die Aufstellfläche der P2 entspricht in etwa unserer alten Abkompresse. Wir konnten aber dadurch unsere Produktionsmenge verdreifachen. Durch die Maschine sind wir zukünftig in der Lage, zum neuen Märkten zu erschließen, neue Produkte in unser Sortiment aufzunehmen und flexibel zu fertigen. Das Beeindruckende in der Maschine ist das einfache Handling auch schwerer Blechteile, wobei uns auch zugute kommt, dass wir nicht mehr verschiedene Stationen auf der Abkompresse aufrüsten müssen, sondern einfach das fertige Blechteil entnehmen können. Wir sind überzeugt, dass wir mit Sailber Gnini den richtigen Partner für den Bereich flexibler Automatisierung gefunden haben.